Herzlich Willkommen zu diesem Tag, zu diesem ganz besonderen Tag. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich in Frankenbach zu diesem kirchlichen Taubat. Das ist ein ganz besonderer Tag. Er wurde lange vorbereitet und es ist wunderschön geworden hier. Es ist ein festlicher Tag in Ihrem Leben, aber ich glaube auch im Leben Ihrer Familie, Ihrer Freunde. Ein ganz besonderer Tag. But when I'm with you, I'm no longer watering. And when I'm with you, I swear I can breathe. And when I'm with you, I know who I am and who I want to be. Jonas und Lisa Wollen Sie einander von Gott annehmen, so wie Sie sind und sich in Würde achten? Wollen Sie einander lieben, die Freude am Leben miteinander teilen und Schuld vergeben? Wollen Sie einander in guten und schweren Zeiten Lebensgefährten sein und sich die Treue halten, solange Sie leben? So antworten Sie nun gemeinsam, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und wenn I'm with you, I'm no longer watering. And when I'm with you, I swear I can breathe. Und wenn I'm with you, I know who I am and who I want to be. Und wenn I'm with you, I know who I am and who I want to be. Und wenn I'm with you, I'm no longer watering. Und wenn I'm with you, I can finally breathe. Und wenn I'm with you, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I'm who I want to be. I'm who I, I'm who I want to be I'm who I want to be I'm who I want to be